Hallo Krebs, herzlich willkommen zu deiner Monatslegung März 2024. Krebs, wir wollen mal schauen, was ist das, was auf dich zukommen kann. Immer und dann, wenn du natürlich bereit bist, in Resonanz zu gehen. Auch die ältere Generation kühlt euch in meinen Legungen immer willkommen. Krebs, atme dreimal tief durch, wenn du möchtest und wir schauen mal, was geht ab, okay? Wow, Krebs, die Hauptenergie dreht sich schon darum, nicht die Hoffnung aufzugeben, okay? Es kann Heilung reinkommen in deinem Leben, wenn du erkrankt bist, wenn eine schwierige Situation dich weiterhin verfolgt, okay? Hier geht es vor allen Dingen darum, nicht aufzugeben, es öffnen sich Türen in der Gesundheit, du kommst mehr in deine Klarheit rein, okay? Situationen werden sich mit mal besser darstellen, du kannst eine gewisse Freiheit durchatmen oder du kommst in eine Situation im Monat März, wo es vor allen Dingen darum geht, in der Hoffnung zu bleiben, die Klarheit wird kommen, du wirst dich in einer anderen Energie befinden, die viel schöner ist, wie die, die du die letzten Monate gelebt hast. Egal, welche Hindernisse kommen, bleib in der Hoffnung, bleib im Vertrauen, die Sachen lichten sich zu deinen Gunsten. Das ist schon mal die Hauptenergie und wir starten sogleich mit deiner Legung, okay? Ich kriege auf jeden Fall schon mal die Energie rein von Erzengel Shamuil. Es geht vor allen Dingen um eine Selbsterkenntnis, das kriege ich energetisch schon rein. Denkt dran, ich bin eine Kanalisierung, das heißt, ich kanalisiere eure Energien, okay? Und jetzt ist es vor allen Dingen wichtig, die Schönheit, die du ausstrahlst, intern und extern, wird dir helfen, in eine wundervolle Frequenz zu kommen. Und hier haben wir nochmal, ja, den Stern, wo haben wir ihn vorhin gehabt? Hier. Und das bestätigt nochmal die Hauptenergie. Nicht die Hoffnung aufgeben, bleib in deiner Hauptenergie, in deiner Klarheit, okay? Es werden Momente auf dich zukommen, wo auch die Vergangenheit nochmal präsent werden darf. Hier kommt die Freiheit, okay? Die Klärung weiterhin. Weiterhin, es kann durchaus sein, dass du am 5. Krebs, Fisch, Skorpion, deine eigene Energie oder jemand von diesem Sternzeichen dich begleiten könnte. Es kann sein, dass du im Monat März um den 5. ein bisschen nostalgisch bist, dass du dich emotional ein bisschen leer fühlen könntest. Bedenkt, dass in meinen Legungen, sage ich euch immer, die positiven Sachen, aber auch die Sachen, die vielleicht nicht so toll sind, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt, damit ihr diese Punkte angehen könnt, ja? So wie das Tarot es mir sagen möchte. Am 5. geht es um Nostalgie, es geht um Heilung, es geht um, ja, schmerzenlos zu werden. Es geht aber auch um die Disziplin an sich, wie sehr möchtest du etwas, okay? Es geht um eine neue Organisation vor allen Dingen, eine neue Bewusstseinsebene kommt auf dich zu. Solltest du erkrankt sein oder du hast vielleicht schon eine Krankheit, eine Abgeschlagenheit, etwas, was mit der Gesundheit zu tun hat, um den 5., 15., 25. ab zum Arzt, lass dich einfach mal durchchecken, okay? Das Gleichgewicht kommt aber, tolle Aussichten für unsere Krebse, die eine neue Arbeit haben möchten, Krebse, die in der Familie sich sehr wohl fühlen, Krebse, die ein neues Zuhause kreieren möchten, Krebse, die von der Flamme der Liebe sich umfüllen lassen möchten, ummanteln lassen möchten. Ab nach vorne, Monat März ist der März von Heilung, von Trennungen, von Zorn, von Konflikten, ja, von Verhaltensmustern, aber auch eine gewisse Selbsterkenntnis, ein gewisses Selbstvertrauen, über dich hinauszuwachsen, dich zu verwirklichen, deine Ziele umzusetzen, vielleicht ein Motorrad dir zu kaufen oder einen Motorradführerschein zu machen, ja, vielleicht ein Haus umzubauen. Egal, was du vorhast, ein Projekt kann auch eine Familiengründung sein, egal welches Projekt, akzeptiere im Monat März, dass sich die Türen öffnen können, aber es bedarf dein absolutes Vertrauen und es bedarf absolute Zuversicht, dass diese Situation sich verbessern wird oder dass dieses Projekt das Richtige ist, okay? Ich sehe hier zum Beispiel schon mal einen Krebs, der um den 8. noch mal ein bisschen aus der Bahn geworfen wird, ja, durch Liebeskummer, durch ein Gerücht. Einige von euch werdet ihr einen Hinterhalt erleiden. Eine Lüge kommt ans Licht, ja, jemand versucht euch eine Fallstricke zu stellen. Zwilling, Waage, Wassermann, vorsichtig mit diesen Energien. Und hier kommt ebenfalls der Turm, ja, genauso wie hier, beide Karten, 78 Karten hier in diesem Deck. Und hier wiederholt sich ein Muster der Hauptenergie. Das heißt, du wirst frischen Wind zum Atmen brauchen, du wirst eine Veränderung brauchen, du wirst auch vielleicht die, die unter Suchtmittel leiden oder unter Krankheiten leiden, unter sehr viel Druck und Ballast leiden. Ihr werdet im Monat März diese Fallstricke überstehen können, aber es bedarf Ausdruck, Anerkennung, Ehrlichkeit, Vertrauen, Rückzug, Disziplin, Ordnung, Willenstärke und Bodenständigkeit. Mega geil. Das ist so wie, um den 8. haben wir wieder eine Nostalgie. Ja, du weißt nicht, ob du diesen Menschen anschreiben sollst, du weißt nicht, ob du diese Unterschrift leisten sollst, ja, du fühlst dich ein bisschen ausgegrenzt. Völlig in Ordnung, Überforderung, völlig in Ordnung. Das sind genau die Trägerpunkte, die dich daran erinnern möchten, hier nochmal das Hauptaugenmerk darauf hinzulegen, damit ein neuer, gesunder, besserer, befreiender Resonanzboden gesät werden kann, okay? März heißt es vor allen Dingen, brauchst du Hilfe? Private Legung, zielorientierte Therapie, Notfallexpresslegung von 30 Minuten am gleichen Tag, weil du einen dringenden Notfall hast, schreib mich an. Brauchst du ein Reinigungsritual, eine Wegöffnung, eine Blockadenlösung, ja? Ein Ritual in der Liebe, in der Gesundheit, schreib mich an. In meinem Sein gibt es ganz viele Sachen, die ihr von mir noch nicht kennt. Ich bin eine Heilerin aus Naturbasis oder aus Naturgesetzen, nenn es wie du möchtest, okay? Und deswegen ist es sehr wichtig, wenn du merkst, du kommst alleine nicht weiter, schreib mich an, damit dein ganzes System im Einklang ist, okay? Was mir wichtig ist zu erwähnen, ist ein Streit, eine Konfusion, ein Thema, was sich seit Längerem belastet, kann auch mit Finanzen zu tun haben, mit Finanzabrechnungen, ja, Gehaltsabrechnungen, neue Firmengründung oder auch mit Beamten, mit Ämtern, mit Geld, mit, weiß ich nicht, Steuererklärungen. Alles, was dein Otto bedarf, vorsichtig zu sein, erst zu überprüfen und dann nach vorne zu schreiben, ja? Wir haben aber nichtsdestotrotz für unseren Krebsgeborenen die Zahl 8, die Zahl 7, die 5, die 12, die 23, die 28, die 15, die 80 könnten von Bedeutung sein. Mach aus diesen Zahlen, was du möchtest. Was ich dir rate, ist, alle Machtkämpfe loszulassen. Es öffnen sich die Pforten für eine Liebe, für ein neues Liebesgelebnis, für eine, weiß ich nicht, Dreieckskiste, okay? Ein Aufblühen einer Liebe, emotionale Freiheit. Das heißt, Erzengel Samuel möchte dir sagen, befreie dich von diesen Ketten, bleibe nicht mehr in diesem Liebeskummer, bleibe nicht mehr in diesen Selbstzweifeln, öffne dich der Liebe, empfange Liebe, gebe Liebe und sei dankbar für das, was du hast. Eine Brücke der Liebe wird auf unseren Krebs zukommen können, immer und dann, wenn Krebs diese Brücke auch wirklich beschreiten möchte. Vorsichtig mit Untreue von dir oder von jemand anderem. Vorsichtig von Menschen oder Mitmenschen, die dich hintergehen. Sei vorsichtig mit Menschen, die einfach dir ins Gesicht lachen, aber du schon spürst, Alter, da ist irgendwas im Busch, okay? Eine Frau von der Energie Zwillingwaage Wassermann wird im Monat März sehr präsent werden können für dich. Und das ist eine Frau, die dir nahesteht oder nahestehen wird. Eine Frau, die sehr mental ist, aber sehr durchsetzungsfähig. Eine Frau, die nicht gerne Kompromisse eingeht. Eine Frau, mit der du was zu klären hast. Lasse deine Überzeugungskunst fließen, damit sich hier nichts Negatives entwickeln kann. Ganz viele Menschen, gerade die ältere Generation, können im Monat März aufgrund der astrologischen Situation, aufgrund der Portaltage, aufgrund der eigenen Energien, aufgrund der Außenwelt etwas abgefahren sein, abgeschlagen sein, überfordert sein. Das ist temporär. Denk dran, die Anerkennung, die du brauchst, ist etwas, was du selber verwirklichst, ist etwas, was du dir selber gibst, ist etwas, was du selber mit dir ausmachst und dann erst nach außen trägst. Das heißt, alle deine Gedanken, alle deine Gaben, alle deine Talenten in eine Reihe zu bringen und wie das Kartenbild rauszukatapultieren. Ein Arbeitswechsel kommt für einige. Vor allen Dingen kommt es hier für Krebs im Monat März 2024. Viel mit der Liebe, mit den Emotionen, mit dem Wohlbefinden. Welcher ist mein richtiger Weg? Was ist das, was ich wirklich möchte? Wie steht dieser Mensch zu mir? Was ist mit meinen Kindern? Wie gehe ich mit meiner Ex-Partnerin um? Was mache ich mit meinen Eltern? Ein großes Vaterthema wird hier auch nochmal rankommen. Für unsere Krebsgeborene, deine eigene Vaterschaft oder vor allen Dingen Themen mit deinem eigenen Vater. Fruchtbarkeit hier noch und nöcher auf allen Ebenen. Krebs, um das mal ganz kurz zu fassen. Es geht darum, das Leben möchte großzügig zu dir sein. Das Leben möchte dir eine andere Möglichkeit bieten, glücklich zu werden. Nutze diese, weißt du nicht wie, denk dran, schreib mich an. Singles, Alleinerziehende, ältere Generationen. Die Liebe wird sehr groß geschrieben sein, aber es ist so, manchmal wisst ihr gar nicht, was ihr selber möchtet. Und deswegen sagen meine Karten, lerne Menschen kennen, lass dich auch beglücken, lass auch zu, dass man körperlichen Austausch hat, aber binde dich nicht sofort, weil es könnte sein, dass im Monat März sich mehrere Türen für die Liebe öffnen und du vielleicht dann eine Fehlentscheidung treffen könntest. Aber wir gucken trotzdem immer noch mal intensiv rein. Dreieckskisten, voller Erfolg. Dreieckskisten werden boomen, aus welchem Grund auch immer im März. Ich gehe da gar nicht tiefer rein. Okay, Seelenpartner mit und ohne Kontakt können ein bisschen, naja, variieren, können ein bisschen eigene Wege gehen. Die Partnerschaften kommen wieder ins Vertrauen. Die Partnerschaften haben neue Projekte. Die Partnerschaften kleben aneinander wie Kaugummi. Die Partnerschaften werden im Monat März wirklich wieder einen mega geilen Flow kriegen. Und das Schöne ist, hier Krebs, Fische, Skorpion, deine eigene Energie sagt dir hier, du bist mit Erfolg gekrönt, du bist auf den aufsteigenden Ast, du bist in der Selbsterkenntnis, du bist ein absoluter Magnet, ja. Du bist von der Flamme der Liebe ummantelt. Immer und dann krebst, wenn du diesen Schritt nach vorne wagst und an dich glaubst und jede Situation angehst. Mit oder ohne fremde Hilfe, okay. Okay, schreib mich an, wenn was ist, ich helfe dir gerne. Von mir aus alles Liebe Krebs und wir hören uns. Bye.